Hi Leute, willkommen zu diesem YouTube-Video und ich sag's ja immer wieder, Bewegung ist für den Stoffwechsel super wichtig. Auch die Alltagsbewegung, aber klar, jede Sporteinheit schiebt den Stoffwechsel ein bisschen nach oben. Und wenn man das richtig effektiv machen will, dann nutzt man die kurzen, aber knackigen Intervall-Trainings. Und dafür habe ich euch ein Video fertig gemacht, was ihr einfach mal nachtrainieren könnt. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man die Intervalle macht, wie lang die sind. Und heute kriegt ihr mal ein ganz kurzes und knackiges 4-Minuten-Workout für mich. Für euch natürlich, von mir, für euch. Also da gibt es keine Ausreden mehr. 4 Minuten hat jeder am Tag Zeit, ob morgens oder abends. Und es gibt keine Pausen bei diesem Workout. Wir machen 4 verschiedene Übungen. Jede Übung eine Minute, dann immer zur nächsten Übung übergehen. Und im Endeffekt geht es nur darum, dass du durchpowerst, dass du dich anstrengst und dass du mal 4 Minuten Vollgas gibst und den Stoffwechsel ein bisschen ankurbelst. Deswegen, genug geredet, ich hüpfe in die Sportklamotten und dann sehen wir uns gleich wieder. Du kannst dir auch deine Sportsachen holen und dann machen wir zusammen 4 Minuten Vollgas. Schreib mir in die Kommentare, ob du es komplett durchgehalten hast. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.